Applaus 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 Musik 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 Ja, vielen Dank. Wir kommen eigentlich auch schon zum letzten Stück von uns. Und die Leute, die uns noch nicht kennen, wir machen Jazz im weitesten Sinne mit indischen Einflüssen. Und bis auf, dass der Max längere Zeit in Indien gelebt hat, in Mumbai und auch Musik studiert hat, fragen uns manchmal die Leute, okay, ja, Jazz hören wir Indisch. Hören wir manchmal auch ein bisschen. Aber was genau ist denn Indisch bei euch? Und vielen Stücken, was man nicht so hört, weil wir die ein bisschen auseinandernehmen, liegt so eine bestimmte Tonleiter zugrunde. In Indien nennen sich die Tonleitern Raghas. Das ist noch ein bisschen mehr als eine Tonleiter. Das ist eher eine, die sagen, das ist eine Stimmung. Und das nächste Lied, was wir spielen, das basiert auch eigentlich relativ streng auf so einer Tonleiter, auf einer Raga. Und diese Tonleiter, die heißt Kierwani, Rad Kierwani. Und der Max zeigt in euch mal, wie diese Raga Kierwani eigentlich ganz traditionell sich anhört. Kierwani. 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 So hört sich das traditionell an. Wir haben natürlich unsere eigene Version daraus gemacht. Das Stück heißt dann natürlich passend auch Chiavani. Und wir bedanken uns, wir sind Vaga Berg, dass wir hier spielen konnten. Wir bedanken uns bei der alten Oper. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, trotz dieser schweren Zeiten. Für uns ist es super, dass wir wieder auftreten können und hatten heute sehr viel Spaß. Nach uns spielt noch Omar Klein, das ist ein ganz hervorragender Pianist. Er spielt Solo, aber das wissen Sie ja bestimmt alle. Und danach spielt das Jazzensemble in einer etwas kleineren Besetzung. Da freuen wir uns auch schon drauf. Viel Spaß mit unserem letzten Lied, Chiavani. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.